Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, meine Fragen zu beantworten. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Wie heißt du, wie alt bist du und wie kam es zu deiner Diagnose? Ja, hallo, mein Name ist Tom, ich bin 34 Jahre jung und ich habe die Diagnose Asperger-Syndrom im Alter von 17 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen. Warum habe ich die erst im Alter von 17 bekommen? Nun, da ich ja schon etwas älter bin, gab es die Diagnose Asperger-Syndrom als ich zum Beispiel in den Kindergarten gegangen bin, wo das heutzutage häufig schon auffällt, dass da ein Kind ist, das ja autistische Züge hat oder das ein Asperger-Syndrom hat, weil Kindergärtner heutzutage da ja schon drauf geschult sind. Das gab es bei mir noch nicht. Ja, ich sollte zwar wohl mal zum Kinder- und Jugendpsychiater, das ist aber nie passiert. Und so habe ich meine Diagnose erst mit 17 bekommen, als das mit meiner Ausbildung damals gecrashed ist. Ich konnte die Diagnose damals noch nicht so richtig annehmen, das muss ich ganz klar sagen, habe sie dann aber noch ein zweites Mal bekommen und habe sie dann überprüfen lassen, sogar noch mal vom Universitätsklinikum Freiburg war das und habe sie dann auch noch mal überprüfen lassen vom Max-Planck-Institut in Göttingen. Ja, und dann soll es halt so sein, dann habe ich halt das Asperger-Syndrom. Was bedeutet es für dich, Autismus zu haben? Hast du das Gefühl, irgendwie anders zu sein als deine nicht-autistischen Mitmenschen? Ja, das Gefühl, anders zu sein, das hatte ich eigentlich schon immer. Das wurde mir ja auch von anderen in der Schule immer und immer wieder gezeigt. Ja, ich war der, den alle kannten und den natürlich auch alle, ja, es war halt so, verlästert haben und ich kannte natürlich keinen. Ja, was bedeutet das für mich, Autismus zu haben? Im Nachblick verstehe ich natürlich vieles von dem, was in meiner Kinder- und Jugendzeit abgelaufen ist, sehr viel besser und ich verstehe natürlich auch mich jetzt sehr viel besser. Es bedeutet für mich nach dem Wissen, das ich glaube inzwischen zu haben, sehr stark abgetrennt zu sein von dem Rest der Menschheit. Ja, also ich habe nicht dieses Gefühl, mit anderen Menschen wirklich auf eine tiefe Art und Weise verbunden zu sein. Ich fühle mich eher so, als würde ich mich, als wäre ich in einer Welt, die nur aus Materie besteht, nur aus Gegenständen besteht. Früher habe ich auch immer gesagt, dass Menschen für mich reine, ja, atomare Massekonzentration sind oder Menschen wie Maschinen sind, weil ich nicht tiefgreifend den Unterschied trotz müßigster Diskussionen mit meinem Vater darüber verstanden habe, wo soll jetzt der Unterschied sein, ob ich an einem Computer eine Eingabe mache und es erfolgt eine Reaktion oder ob ich zu einem Familienmitglied oder zu einem anderen Menschen hingehe und dem etwas sage, etwas mache, also auch da eine Eingabe mache und er dann auf mich reagiert. Und das hat sich mir erst sehr spät erschlossen, sehr, sehr spät, ich würde mal sagen, so mit Anfang, Mitte 20, eher Mitte 20 und das auch nur über philosophische Lektüre, weil ich irgendwann verstanden habe, dass es nicht nur eine materielle Welt geben kann, sondern auch etwas Metaphysisches geben muss und somit eine Art Weltgeist natürlich in allem ist. Und so konnte ich das für mich erst erschließen, dass in Menschen eventuell, sage ich mal, so etwas wie eine Seele drin ist. Das heißt es für mich, Autismus zu haben, also vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht lebenslänglich von anderen Menschen abgetrennt zu sein und keinen Zugang vor allen Dingen zu haben zu der schönen Zwischenmenschlichkeit, wie ich inzwischen aus Filmen und Romanen gelernt habe, dass andere Menschen sie haben. Ja, vielleicht noch ein ergänzender Satz dazu. Außerdem bedeutet das für mich, sehr unflexibel und starr zu sein. Das bedeutet für mich, teilweise sehr zwanghaft zu sein. Und es bedeutet für mich vor allen Dingen, krasse, krasse Spezialinteressen zu haben. Das war früher, wie gesagt, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Es nimmt im Laufe des Alters ein bisschen ab, sehr von Themen besessen zu sein, dass ich dieses Interesse eigentlich nicht kontrollieren kann. Mich mit massiven Sonderthemen die ganze Zeit ununterbrochen zu beschäftigen, bis ich vollständig erschöpft bin und nachts sogar damit träume. Ja, ich habe mich früher sehr stark für Thermometer zum Beispiel interessiert. Dann waren das Computer, dann war es die Philosophie, Ernährungslehre und jetzt sind wir bei der Psychologie. Ja, etwas ausschweifend geantwortet, aber ich mache es gerne vollständig. Siehst du Autismus für dich als Behinderung oder als Begabung? Also ich sehe Autismus für mich auf jeden Fall als eine Behinderung. Sonst wäre ich nicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet. Es ist auch so, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, beziehungsweise ich möchte da ein bisschen weiter ausholen, weil das ist ein Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß, dass viele, viele Betroffene diesen Punkt der Behinderung auch für sich ablehnen. Es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen den Begriffen Störung, Krankheit und Behinderung. Autismus ist keine Krankheit, weil es nicht erworben wurde. Ich werde mich jetzt bei dem, was ich dazu sagen möchte, aber auf den Begriff Krankheit beschränken, einfach um es einfacher zu machen. Es ist so, dass dieser Begriff oder diese Begriffe ja mit irgendetwas verknüpft sind. Das heißt, diese Begriffe meinen etwas. Irgendwas bedeuten diese Begriffe. Und ich weiß, dass ich etwas habe. Und das ist mitunter nichts Gutes oder nicht nur etwas Gutes. Und wenn ich jetzt hergehe und das für mich abstreite und sage, ja, Autismus ist für mich nur eine Normvariante oder ist für mich nur eine Besonderheit, dann würde ich mich damit über andere Menschen stellen, die wiederum krank, gestört, behindert sind. Ja, wenn ich etwas habe, wenn ich das für mich selber zugebe, annehmen kann, ich habe irgendwas, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil es mir Leid verursacht, weil es mir auch Schwierigkeiten macht. Andere haben das gleich aber auch. Dann stelle ich mich über diese Menschen, wenn ich für mich sage, ja, ich bin aber nicht behindert. Ich glaube auch, dass das Stigmatisieren oder das eigentliche Problem nicht ist, dass zum Beispiel Autismus als Störung oder Behinderung oder Krankheit bezeichnet wird, sondern dass grundsätzlich krank zu sein negativ bewertet wird. Fakt ist, jeder Mensch wird mal krank. Vielleicht für immer. Vielleicht bleibt er für immer krank. Es gibt auch andere Menschen, die kommen gestört, behindert zur Welt. Das grundsätzliche Problem ist, dass der Krankheitszustand als solches in unserer modernen Leistungsgesellschaft negativ bewertet wird. Und davon möchte ich wegkommen. Ich sehe mich als behindert, ich sehe mich als gestört, als krank, wie auch immer. Aber das wiederum bewerte ich nicht negativ. Das ist halt so. Ja, das ist mein Zugang zu dieser ganzen Thematik. Eine Sache noch. Ich weiß natürlich, dass Autisten auch viele Stärken haben können, viele Begabungen haben können. Das Thema ist allerdings sehr komplex. Ich definiere Autismus an dem, was Autismus als Ganzes ist. Es gibt ja ein großes Autismus-Spektrum. Soweit ist man momentan. Also man hat ja alle Autismus-Formen zusammengelegt. Und was in den Medien gezeigt wird, ist aber nur häufig die eine Seite, die hochfunktionale Seite. Es gibt aber auch die niedrig-funktionale Seite von Autismus. Und diese Menschen sind häufig, das wissen wir alle, auf erheblichste Ganztagsbetreuungen angewiesen. Schwerstautistische Menschen können in aller Regel nicht alleine zur Toilette gehen, leben nur in ihrer Welt, nehmen bei Geburt zum Beispiel vielleicht gar keinen Kontakt zu den Eltern auf. Und wir sollten Autismus, wenn wir fragen, ist Autismus eine Behinderung, daran messen, was wir haben, wenn es in voller Stärke auftritt. Und nicht daran messen, was ist, wenn es nur leicht auftritt. Wenn es bei mir vielleicht, weil ich hochfunktional bin, nur leicht auftritt, ist, behindert mich vielleicht diese Behinderung nicht so stark, weil ich das auffangen kann oder vielleicht auch Vorteile daraus ziehen kann. Trotzdem ist Autismus für mich im Ganzen ganz klar eine Behinderung. Fühlst du dich von dem Bild, das von Autismus in den Medien gezeichnet wird, gut repräsentiert? Ich fühle mich von dem Bild, was von Autismus in den Medien gezeigt wird, relativ gut repräsentiert. Wenn ich Bücher lese, Fachbücher lese, dann ja, ganz klar, ja, davon fühle ich mich, da kann ich mich auch gut drin wiedersehen. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir zum Beispiel in den sozialen Medien auch von Menschen, die selber Autismus haben, natürlich, selbstverständlich, auch hochfunktionale, da haben wir halt häufig das Problem, dass wieder nur dieses hochfunktionale Bild von Autismus gezeigt wird. Tja, und da kann ich mich nur zum Teil drin wiederfinden, zumindestens dann, wenn es so dargestellt wird, als wäre Autismus, ja, als hätte das gar keine Nachteile oder ich, wieso sollte denn Autismus mit Problemen verbunden sein und so weiter und so fort. Ich habe dadurch extreme Probleme gehabt, habe sie mit Sicherheit auch heute noch, ja, nur weil ich 34 Jahre lang dagegen gestruggelt habe, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem immer so eine Art Handicap habe und da fühle ich mich nicht zu 100% gut repräsentiert. Ich würde mich freuen und das hängt natürlich auch damit zusammen, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, dass ich ja seit vielen, vielen Jahren noch eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Autismus leite, Erwachsene und auch schon Kontakt zu niedrig funktionalen, also wirklich, wirklich niedrig funktionalen Autisten hatte und das fließt natürlich bei mir alles mit ein. Wenn wir nur das hochfunktionale Bild in den Medien haben, fühle ich mich ja schon alleine dadurch nicht repräsentiert, dass ein großer Teil meines Erfahrungshorizontes und meiner Arbeit mit autistischen Menschen da nicht drin wieder gespiegelt wird. Deswegen würde ich sagen, gemischt, teils, teils bin ich mit dieser Darstellung zufrieden. Wie reagieren Menschen auf dich, wenn sie erfahren, dass du Autist bist? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also, mein zweiter Klinikaufenthalt, wo ich das zweite Mal die Diagnose bekommen habe und wo ich mir dann so gedacht habe, hm, hm, vielleicht, du kriegst es in einem anderen Teil des Landes, ja, ich bin damals umgezogen, bevor ich da in die Klinik gekommen bin, kriegst du jetzt nochmal diese Diagnose, vielleicht ist ja doch was dran. Da war ich in einer Gruppentherapie, das weiß ich noch und der Gruppentherapeut hat mich dazu ermuntert, natürlich zu erzählen, was ich denke, was meine Probleme sind, meine Konflikte, ja, erzählen Sie doch mal, Sie sind hier in einem Schutzraum. Naja, und da habe ich halt erzählt, wie ich so die Welt sehe und dass ich im sozialen Bereich häufig an Grenzen stoße und, ähm, dass ich vor allen Dingen das Menschsein als solches nicht verstehe, dass ich nicht verstehe, wo der Unterschied, ja, damals habe ich das noch nicht kapiert, zwischen einem Menschen und einem Gegenstand, sage ich mal, ist. Hm, und die Reaktion der anderen war Bestürzung, und man meinte dann, dass so jemand wie ich, der, dass man mich halt für immer, äh, in Sicherheitsverwahrung stecken müsse, sollte, um die Allgemeinheit, um die Menschheit halt vor jemandem wie mir zu schützen, ja, weil das ist halt sehr gefährlich, wenn da jemand wie ich ist, der andere Menschen als Gegenstände betrachtet. so reagieren unter anderem Menschen, äh, oder haben Menschen auf mich reagiert, wenn sie zumindestens erfahren haben, was meine autistischen Symptome sind. Das ist übrigens auch einer der Punkte, wo man sieht, wie hoch dieser Wert der Empathie, also alleine diese Fähigkeit zu einer tiefgreifenden Empathie, ähm, und Theory of Mind und so weiter bei Menschen angesehen ist und das ist glaube ich auch einer der Punkte, warum zumindestens versucht wird, auch wenn es faktisch nicht ganz richtig ist, es ist eigentlich relativ falsch, immer wieder hervorzuheben, dass Autisten ja eigentlich gar kein Problem mit Empathie in Wahrheit hätten und Autisten sind ja hoch empathisch und so weiter und so fort, ähm, dass das halt, weil halt Autisten tatsächlich für dieses Problem in der Empathie sehr, sehr stark stigmatisiert werden und da sehr negativ beäugt werden, das kann ich aus dieser Perspektive schon verstehen, äh, niemand möchte gerne, äh, in Sicherheitsverwahrung landen, ähm, ja, ansonsten erfährt es keiner, dass ich Autist bin, zumindestens erzähle ich es eigentlich keinem mehr, ich hatte eine Phase, da habe ich es allen erzählt, meine Findungsphase, nachdem ich das realisiert habe, oh Mann, die Diagnose, das stimmt ja tatsächlich, da musste ich dann mit allen darüber reden, da musste ich dann überall den Superaspi auch erstmal rauskehren, aber das hat sich im Laufe der Zeit gelegt und heutzutage ist das Thema Autismus außer vielleicht in meiner Öffentlichkeitsarbeit und meiner Arbeit generell eigentlich kein großes Thema mehr und auf der Straße erzähle ich das keinem, wenn wir uns nicht sehr viel besser kennen, ja. Worin siehst du deine Probleme oder Herausforderungen als Autist? Meine Probleme und Herausforderungen als Autist fällt mir auch ein schönes Beispiel ein, ich habe in meiner Studienzeit damals am Wochenende mal als Türsteher gejobbt damals, um mir einen kleinen Euro dazu zu verdienen und es war für mich kein Problem, Leute an der Tür zu kontrollieren, es war für mich kein Problem, Leute auch, wenn es sein musste, vom Eingangsbereich unseres Klubes zu entfernen, ich bin auch stabil gebaut, ich denke auch, dass ich psychisch auf eine gewisse Art und Weise zumindest sehr stabil und leidensfähig bin und nur schwer aus der Ruhe zu bringen bin, was ich aber nicht gekonnt habe, war reinzugehen in den Klub und mir ein Getränk zu bestellen und mich einfach nur da an die Bar zu setzen und mich mit anderen Leuten zu unterhalten. 99,9% der Leute würden natürlich sagen, ja Moment mal, das Umgekehrte könnte ich nicht, ich könnte ja nicht Türsteher spielen und mich dann damit vielleicht auch alkoholisierten Menschen, die nicht ganz einfach zu handeln sind, da rum, ja sprich, wortwörtlich rumschlagen. Das fiel mir aber leichter, weil das ein strukturierter, vorgegebener Ablauf ist. Hingegen mich in irgendeine Bar oder so zu setzen, das ist mir ein völliges Rätsel, das verlangt mir unmenschliche Kräfte und ja Disziplin ab, das zu wuppen. Das ist sehr unsicher, dafür braucht man hochkomplexe soziale, ein hochkomplexes soziales Verständnis für solche mitunter nicht planbare Interaktion und das ist für mich sehr schwierig und sehr faszinierend. Das heißt, meine größte Herausforderung als Autist sehe ich darin, Sozialverhalten anderer Menschen zu verstehen. Was der Mensch ist, glaube ich, habe ich inzwischen verstanden, Immanuel Kant, sei Dank. und das vor allen Dingen auch umzusetzen. Verstehen ist ja das eine, es auch umzusetzen und dabei einigermaßen, sage ich mal, geschmeidig zu wirken, ist eine andere Sache. Das stellt mich auch heutzutage mit 34 teilweise noch vor, große Herausforderungen. Das ist, denke ich, das allergrößte Problem. Erfüllst du die klassischen Merkmale beziehungsweise Klischees eines Autisten, wie zum Beispiel fehlender Blickkontakt, Spezialinteressen, Empathielosigkeit etc.? Ja, das würde ich schon sagen. Früher stärker als heute. Blickkontakt habe ich erst, das kann ich relativ genau sagen, da war ich 17, weil ich noch genau weiß, da mein Banknachbar, der kam erst in der 10. Klasse der Realschule zu uns. Ich habe eine extra Runde gedreht und das war mein Banknachbar und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, als ich mich 20 Minuten mit meiner Deutschlehrerin unterhalten habe, hey, du hast deiner Deutschlehrerin ja gar nicht, die ganze Zeit nicht in die Augen geguckt, du bist voll unhöflich. Und ich habe gesagt, wieso voll unhöflich? Spinnst du? Warum soll ich ihr denn in die Augen gucken, wenn wir uns unterhalten? Man hört doch mit den Ohren und spricht mit dem Mund. Ja, und später, nachdem ich meinen Banknachbarn dann ordentlich ausgelacht habe für seinen dummen Kommentar, ist mir aufgefallen auf dem Schulhof, dass die Leute sich beim Reden tatsächlich ständig angucken. Zumindest ihr Gesicht, ihre Köpfe, zueinander zugedreht haben und da habe ich so gedacht, Moment mal, das ist ja heftig. Also da ist ja irgendwie was an dir vorbeigegangen die 17 Jahre lang. Und dann habe ich mich mehr und mehr da eingearbeitet und festgestellt, wow, wow, wow. Also das ist mir das erste Mal mit 17 überhaupt aufgefallen. Es war nicht so, wie man immer in den Medien, wir sind mal wieder bei den Medien hört, er kann keinen Blickkontakt halten. Nein, ich wusste noch nicht mal, dass die Menschen Blickkontakt überhaupt aufnehmen. Das wusste ich nicht, weil es für mich so uninteressant war und das muss man sich vorstellen, Gestik und Mimik bietet einfach keine oder hat so wenig verarbeitbare Reize für mich geboten, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass Menschen da kommunizieren. Das ist so, wie man lange viele, viele Jahrhunderte gebraucht hat, festzustellen, dass es neben unserer physikalischen Welt noch eine Quantenwelt gibt oder so. Das ist ein langer Weg, das festzustellen. Ja, und so war das bei mir auch. Inzwischen gucke ich den Leuten in die Augen, zumindest gucke ich irgendwo so dahin. Es bereitet mir jetzt keine Schmerzen. Ich vergesse es immer mal wieder. Manchmal merke ich dann so, wenn ich mit einem auf dem Sofa sitze, ey, wow, okay, gucke ich mal wieder an, aber das geht schon. Was war noch? Klassische Merkmale, Spezialinteressen, ja, habe ich schon was dazu gesagt. Spezialinteressen auf jeden Fall. Inselbegabungen werden Autisten häufig nachgesagt. Hochbegabung wird Autisten häufig nachgesagt. Da muss ich ganz klar sagen, ich habe Gott sei Dank keine Inselbegabung. Also erstmal ist es in dem Sinne erstmal falsch, dass Autisten in aller Regel richtig krasse Inselbegabungen haben. Das sind Savants. Savants sind häufig Autisten, aber nicht Autisten sind häufig Savants. Und das Problem bei diesen Inselbegabungen, das würde ich hier gerne ja mal ansprechen, ist schlicht und ergreifend, dass es eine Inselbegabung ist. Das heißt, die Person ist nicht generell hochbegabt, sind Autisten, auch Asperger-Autisten, übrigens per Definition nicht. Also man findet das überall in der Literatur und es ist auch so, dass sie in aller Regel normal intelligent sind. Wenn jemand normal intelligent ist, aber in einem Bereich dann eine krasse Begabung hat, heißt das, dass diese, ich sage mal, IQ-Punkte an einer anderen Stelle wieder abgezogen werden müssen oder fehlen müssen. Und Autisten, das weiß man tatsächlich, haben in ihrem Intelligenzprofil eher so ein Zickzack-Muster. Andere Menschen haben da eher eine gerade Linie. Und das Problem ist halt, dass um im Alltag gut zu funktionieren, um einfach im Leben gut zurechtzukommen, sollte man in allen Bereichen möglichst einigermaßen gut sein. Und je krasser die Inselbegabung ist, wir sehen das an meiner Argumentation, desto krasser muss man leider an anderen Stellen was wegnehmen. Und das ist auch der Grund, warum diese Savants, so krasse Begabungen, sie im Bereich Mathe zum Beispiel haben, auf der anderen Seite ebenfalls eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sehr, sehr häufig brauchen und eben nicht selbstständig leben können, weil sie halt in anderen Bereichen dafür schwerstbehindert sind. Ich habe mit Sicherheit Begabungen und ich habe mit Sicherheitstalenten, ich bin gut, ich denke mal, Mustererkennung bin ich ganz gut, ich kann Strukturen in der Welt gut erkennen, das hilft mir im Alltag. Dafür bin ich eben Mathe saumäßig, das muss ich ganz klar sagen. Damit habe ich Glück, das nützt mir. In diesem Fall ist Autismus für mich von Vorteil. Ja, das bringt mir einige Vorteile, mich in der Welt zu bewegen. Es hätte aber natürlich auch anders sein können. Und ja, nur mit Mathe und alles andere nicht können, findet man jetzt auch keine Freundin. Also das wäre jetzt nicht für mich der erstrebenswerte Zustand. Und deswegen bin ich froh, dass ich keine Inselbegabung habe und das Klischee, das falsche Klischee somit nicht erfülle. Ja, Reizfilterprobleme habe ich. Auf jeden Fall. Geräusche kann ich schlecht ausfiltern. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, ob das bei mir nicht auch zum großen Teil Resultat von Traumatisierungen aus der Kinder- und Jugendzeit ist. Ich bin sehr stark traumatisiert worden im Elternhaus. Seitdem habe ich diese generelle Übererregung meines Nervensystems, immer nervös sein und so weiter und auch lauern auf Geräusche. Was ich sagen kann, ja, ich hatte Wahrnehmungsbesonderheiten als kleines Kind stark, also dass mir Socken wehgetan haben, Nähte wehgetan haben, man mich an den Bauch nicht anfassen durfte, ein bisschen die Kinder- und Jugendzeit war fließendes Wasser für mich unangenehm, Gerüche sonderbar wahrnehmen und so weiter und so fort. Das ist im Laufe der Zeit aber weggegangen. Übrigens auch das Problem mit den Geräuschen, unangenehme Geräusche und dann wurde ich irgendwann so im Alter 12, 13 traumatisiert und seitdem erst kann ich wieder mit Ohrstöpseln schlafen. Deswegen bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob diese Probleme, die ich jetzt als Erwachsener habe, tatsächlich Autismus bedingt sind. Aber ich hatte sie auf jeden Fall. Bist du der Meinung, dass andere Autisten gleichdenken und fühlen wie du? Diese Frage kann ich relativ genau beantworten, dadurch, dass ich halt sehr viel mit anderen Autisten schon zu tun gehabt habe, alleine durch die Selbsthilfegruppe, die ich schon sehr, sehr, sehr lange mache. Es gibt ein autistisches Wir-Gefühl, das ist so, Autisten denken und fühlen in aller Regel relativ ähnlich, haben ähnliche Probleme und verstehen sich in aller Regel da auch sehr, sehr gut. Es wird immer wieder gesagt, ja, Autisten sind alle ganz verschieden und jeder ist so ultra divers und so weiter. Da bin ich persönlich nicht so der Freund von, weil es ist Fakt, dass alle, zumindest die, die eine offizielle Diagnose haben, ja durch einen Trichter an bestimmten Diagnose-Kriterien durchgegangen sind. Die erfüllen also alle diese Eigenschaften, das muss man ganz klar sagen und sind somit natürlich untereinander sehr viel gleicher, als es alle Menschen auf diesem Planeten untereinander wären. Also somit sind Autisten untereinander natürlich gleicher als alle Menschen. Auf der anderen Seite habe ich ja gerade schon gesagt, dieses autistische Wir-Gefühl, das wird von Autisten, wenn man sich dann in so einer Selbsthilfegruppe mal vielleicht das erste Mal in seinem Leben andere Autisten trifft, als sehr positiv wahrgenommen. Hier fühle ich mich endlich verstanden. Ja, hier fühle ich mich endlich unter, hier fühle ich mich das erste Mal unter Menschen. Ja, unter den anderen Menschen fühle ich mich immer als Außerirdische, aber hier, hier fühle ich mich richtig angekommen. Ja, das funktioniert aber natürlich nur so lange, wie man eben das nicht, also immer und immer leichtere Formen von Autismus diagnostiziert, bis man gar nicht mehr weiß, ist das überhaupt noch Spektrum oder ist das schon, ist das schon Normalität? Ja, und natürlich geht mit dieser Neigung immer leichtere Formen zu diagnostizieren, auch Hand in Hand, also ist natürlich auch verzahnt mit diesem Ausspruch, kein Autist ist wie der andere. Das arbeitet zusammen als System und das muss nicht gut sein, weil wir sehen einfach, ich sehe es und auch sehr viele andere Leute, sehr viele Autisten sehen es, dass dieses Wir-Gefühl dadurch natürlich verschwindet und irgendwann, wir haben es heute schon sehr viel stärker als noch vor zehn Jahren in autistischen Gruppen, in nochmal zehn Jahren haben wir es vielleicht so, dass wir zwar einen Haufen von Menschen haben und die Gruppen immer größer werden, aber man eigentlich gar nicht mehr weiß, was habe ich eigentlich mit den anderen Leuten hier zu tun? Und das, ja, führt vielleicht, ja, diesen, diesen Keiner, Keiner ist so wie der andere Gedanken so ein bisschen, zumindest ist es eine Provokation, eine kleine Provokation, das auch mal zu hinterfragen, ja, aber prinzipiell, ja, ich denke und fühle so wie andere Autisten nach strengerem Maßstäben, ja. Wovor hast du am meisten Angst? Oder wo fühlst du dich besonders unsicher? Unsicher fühle ich mich in der Disco, das kann ich ja schon mal hier gleich sagen. Angst habe ich vor der Disco nicht unbedingt, nein, klar, das ist ein fließender Übergang, auf ein Konzert in der Disco, das wäre schon was anderes, als einfach mal hinzugehen und sich dort zu amüsieren, zumal ich nicht tanzen kann, weil ich durch mein Asperger-Syndrom sehr unbeholfen bin in meinen Körperbewegungen, und ich kann die nicht lenken, so richtig, ja, schwierig, also da fühle ich mich unsicher in der Disco, 100 Prozent. Angst habe ich davor, meine Wohnung zu verlieren, ist eine diffuse Angst, die ist immer da, sozial noch weiter abzusteigen, dass mir dann, dass ich keine Förderungen bekomme, dass ich auf der Straße lande, dass es kein soziales Netz gibt, das mich auffängt, und ich habe eine große Angst davor, dass ich mich für immer als Fremdkörper unter den Menschen fühlen werde, dass ich diesen Aspekt, den ich von meinem Autismus noch nicht ausgebügelt bekommen habe, auch nicht mehr ausgebügelt bekomme, dass ich mich also, wie, sage ich mal, wie der einzige Mensch in einer Welt voller Gegenstände empfinde. Ja, es ist mir noch nicht so ganz gelungen, im Strom des Lebens tatsächlich eins zu werden, ja, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, ich fühle mich eher so wie ein Stück Plastik, das im Meer schwimmt. Immerhin bin ich schon mal im Meer, das ist schon mal mehr, als ich als Kind und Jugendlicher hatte, da war ich einfach nur ein Plastikteil, das irgendwo war, aber mit Sicherheit nicht in Gesellschaft von irgendetwas. Aber das ist tatsächlich das, wovor ich am meisten Angst habe. Und eine Sache noch, ich habe Angst vor lauten Nachbarn. Manchmal wird mein Nachbar laut, und da ich das nicht ausfiltern kann, auch die kleinsten Geräusche, nicht wenn der unten Musik macht, der macht aber so leise eigentlich seine Musik, dass ich ihm dafür nichts kann. Ich stand schon mal bei ihm vor der Tür und habe gedacht, jetzt machst du da richtig Rabatz, musste aber einen sehen, der hat die Musik so leise, wie man normalerweise spricht. Und trotzdem höre ich das so ein ganz bisschen oben und ich kann es nicht ausfiltern. Und das ist für mich existenziell bedrohend, weil mich das körperlich völlig erschöpft, völlig fertig macht. Das ist eine der größten Bedrohungen, wenn man, und ich wohne natürlich auch im günstigen Wohnraum natürlich, ja, das ist völlig klar. Die meisten Autisten machen nicht die ganz große Karriere, obwohl ich das Problem inzwischen aus eigener Kraft, ohne Förderung von irgendwem, gefixt habe. Das ist relativ gut, aber ich wohne natürlich in billigen Wohnungen und hier ist natürlich dementsprechend auch, die sind die Wände dünn. Ich wäre dem Wahnsinn ausgeliefert. Ich würde in nackten Wahnsinn verfallen, wenn ich Nachbarn hätte, die sich zu laut und das heißt, vielleicht sogar schon nur auf Zimmerlautstärke unterhalten und dass das passiert, ich habe hier seit vielen Jahren eigentlich Ruhe. Davor habe ich eine existenziell bedrohende, flammende, bildlich gesprochene Angst tatsächlich. Das ist wirklich schlimm. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss loswerden möchtest? Ja, also zum einen, das geht natürlich aus dem hervor, was ich schon gesagt habe, würde ich mir wünschen, dass das gesamte Autismus-Spektrum wieder mehr medial auch Geltung bekommt, auch bei dem Influencer-Bereich. viele Influencer, die das Thema Autismus besprechen, also die selber leichte Formen von Autismus haben, natürlich, sonst würden sie nicht im Internet sein und das Thema besprechen, Videos, Beiträge machen, viele, viele wirklich niedrig funktionalen Autisten sprechen ja noch nicht einmal, die vielleicht auch nur sich selber kennen und von sich auf andere schließen, dass da mehr sensibilisiert wird, dass es auch diese niedrig funktionalen Formen von Autismus gibt, dass man vielleicht auch mal, wenn man Aufklärungsarbeit in diesem Bereich macht, auch mal ein Praktikum irgendwo in einer Autismusambulanz macht, auch mal Schwerstbetroffene kennenlernt, um einen erweiterten Blick auf Autismus zu bekommen und schlicht und ergreifend auch, um die Probleme dieser Menschen besser zu verstehen und natürlich auch, weil sie selbst ihre Stimme nicht erheben können. Deswegen glaube ich, ist es nicht verkehrt, ab und an an sie zu erinnern und sich vorher auch schlau zu machen, was die tatsächlichen Bedürfnisse dieser Menschen sind. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es auch innerhalb von den Autisten teilweise viel Anfeindungen gibt, weil die einen sagen zum Beispiel, das hatten wir ja auch, es ist eine Behinderung, das sind halt Themen, die sind momentan aktuell, die gibt es. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Ich bin ja selbst in dem Bereich aktiv. Die einen sagen, es ist eine Behinderung, die anderen sagen, es ist keine Behinderung und da wird sich teilweise sehr hart angefeindet. Das geht bis ins Mobbing, das ist Hetze teilweise auf den Kanälen und da würde ich mir wirklich wünschen, dass das aufhört. Ja, bitte mehr die Meinung einer anderen akzeptieren, weniger auch von sich auf andere schließen, es aushalten können, dass jemand andere Meinung hat, das heißt ja tolerieren. Tolerieren heißt, ich finde es gut, sondern ich kann es stehen lassen und vor allen Dingen ist auch ganz krass, ich arbeite viel und ich arbeite überwiegend mit Leuten zusammen, die keinen Autismus haben, auch dann, wenn ich über Autismus berichte, publiziere Sachen, Videos mache, das sind keine Autisten und von denen kommen tolle Sachen. Ich habe die meisten Sachen über mich selber, die Sachen, die mich am meisten bereichert haben, von Nicht-Autisten gelernt, auf die ich offen zugegangen bin. Fakt. Und ich höre immer wieder Aussagen von Autisten wiederum, ich rede nicht mit NTs, also mit Nicht-Autisten oder von Nicht-Autisten lasse ich mir gar nichts mehr sagen, ich gehe nicht in eine Psychotherapie von einem Nicht-Autisten, ich lese noch nicht einmal Bücher von Nicht-Autisten. Hart, wirklich hart, also ich würde mir wünschen, dass da vielleicht die Nicht-Autisten und die Autisten näher zusammenrücken. Ich weiß, dass das ein Anliegen von vielen ist, von Nicht-Autisten, aber auch von vielen Autisten, die sich nicht mehr trauen, auch wiederum aufgrund des sehr rauen Klimas innerhalb der autistischen Szene, sage ich mal, selbst das Wort zu erheben, weil sie Angst haben vor Anfeindungen, ja, und da wünsche ich mir mehr Zusammenhalt, mehr Liebe, sage ich mal, mehr Toleranz, mehr Gelassenheit, mehr Gutmütigkeit, mehr, mehr, ich weiß, dass ich nichts weiß, das wäre mein Anliegen und das möchte ich zum Schluss nochmal loswerden. Ansonsten bedanke ich mich natürlich von Herzen für die Fragen, ja, ich wünsche jedem, der sich das Video hier bis hierhin angeschaut hat, alles Gute, haltet natürlich die Ohren steif und schönen Dank.